Herzlichst Willkommen zurück zu Diablo, natürlich wieder mit Zocker, den alten Rotkäppchen-Dämonenjäger. Moin moin! Und in der letzten Folge sind wir genau hier gestanden zu Ende und müssen jetzt auf dem Weg, den Friedhof auf dem verlassenen Hain des Weg, der, nein, was, den Friedhof der verlassenen auf den Hain des Weg lagen zu finden, genau. Und womöglich werden wir das sogar noch schaffen. Kommst du? Weil möglich. Ja. Wenn ich nicht wie dein Fan. Wie letztes Mal. Auch. Ich hab, glaub ich, noch mehr angelockt. Komm, hier, Grey Knight Action. Alter, die Ketten riesig. Die hab ich ganz anders in Erinnerung. Echt? Ah, ich dachte, das wär der kleine Wirbelstamm, der um die Füße drum herum ist. Ja, das auch. Ja, die Ketten symbolisieren. Wir haben ganz schön gut Schaden gemacht. Oh, das definitiv. Ah, verdammt. Ja, dass ich immer hier herkotzen muss. Oh. Gelbes Schwert. Nee, ich hab dort nur was Blaues. Das kann's jetzt aber nicht sein. Das akzeptier ich jetzt nicht. Ich hab Glück, oder? Kann das sein? Du hast das Glück auf deiner Seite, du hast Rückenwind. Äh. Frag nicht. Nee, eigentlich würde ich auch gar nicht. Kannst du die jetzt mal töten? Weil die rennen immer weg. Tut mir leid, Madame. Ja, ja, genau. Ich bin eine Biene. Ah, ne, Biene wollte ich gar nicht sagen. Ich bin eine Lady. So. Oh, nein. Das kommt mir viel zu bekannt vor. So, Großschwirt. Ja, ganz genau. Hier kommt Claymore Halter. Nice. Was ist das? Uh, die Handschuhe sind Ponys. So, Headset neu aufsetzen. Muss ich natürlich rausschneiden. Ja, ja, absolut. Das finde ich cool, wenn man neu anfängt und noch so low ist, dann, äh, bekommt man viel mehr Zeug. Ja, oh, das ist ja besser. Oh, das ist ja auch besser. Oh, das ist ja auch besser. Oh, das stimmt. Bam. Riechst du einfach mit dem Schmerz über uns auf die BAM. Ins Gesicht. Das sind ganz schön viele Gegner. Was ist denn hier los? Äh, äh. Das ist der Fall in die andere Richtung. Ja, ja. Äh, zucker aufzuleggen. Was? Ah, nee, passt schon. Ich hab gedacht, du lagst auch. Du hast einfach nur beschissen geredet. Sorry. Du hast beschissen geredet. Alter, jetzt lagst du aber wirklich. Hör auf damit. Warte mal kurz. Also ich bin, ich bin auf 66. Ja, ich bin plus minus 177, könnte aber auch 56 sein. Ah, dann bist du das also, okay. Ja, dann habt ihr jetzt halt meine Fresse, ist ja gut. Oh, schmollt doch rum. Du lachtest mir nicht so komisch. War ich gerade ein Grangerstein. Schmollt gar nicht rum. Sehr gut. Ich schmoll nie rum. Oh. Du, du, du. Ja, ist klar. Ja. Ich brauche unbedingt irgendwas zum spotten, damit die auf mich gehen. Jupp, definitiv. Ich brauche auch so einen Angriff, bei dem ich so weit weg springen kann. Kriegst du dann auch bald. Oh, noch ein Großschwert, ein gelbes. Wieso bekomme ich nur blaus und du gelbes, hallo? Das ist aber schlechte, obwohl mehr Zähigkeit. Die ist voll auf deiner Seite. Das war so, Zocker ist zum Spielen. Ja, gut, den geben mir, indem du nur scheiß Zeugs. Ja, die geben mir das Ganze. Ich soll ja eigentlich teilen, aber fuck that shit. Ja, eben, also... Ja, aber gut, was willst du mit einer Zweihandwaffe? Ich glaube, die kannst du nicht mal anlegen. Ich würde die auf meine Arme auslegen und dann abschießen. Alter, mit so einem Claymore. Weißt du, wie Porno? Weißt du, wie weh das tun, nur, dass du so ins Gesicht kriegst. Ich glaube, dann spürst du keinen Schmerz mehr. Ja, ich glaube auch. Ich sag das so ganz, ganz eiskalt, nicht genug Hass. Ja gut, dann reg dich mal wieder ein bisschen auf. Ja, ne? Ja, aber auch Zorn, das ist genau dasselbe. Zorn, Wut und Hass, weißt du? Sinnlos. Wann nochmal Rotkeppchen? Ah, ich sehe nochmal besser. Uhuhuhuhu. Hier ist mehr Schaden drauf, aber... Ja, komm. Was ist denn das? Guck mal, ich bin ein Grey Knight. Sehr geil, oder? Halt aber nur ziemlich kurz an. Ja, ist halt keine Uhne drin, ne? Ah, ja, klar. Was ist denn hier, hier? Ups. Ein gelber Pfeil auf der Minimap ist, äh, das Ziel und ein blauer ist... Das bin ich dann, glaub ich. Ach ja. Was? Ja, ne, passt schon, ja. Ach, diese Idioten. Warum greifen die uns überhaupt an? Hör auf den zu essen. Gehirne fressen. Hör auf an dem zu naschen. Wie? Da hab ich das nicht gemeint. Alter, da ist grad ein riesiges Schild gedroppt. Und falls Monkey den Scheiße sieht... Wo schießt du hin? Die Luft. Falls Monkey den Scheiße sieht, ist mir egal, wie weit dein Charakter kommt. Da. Hab ich das gegeben. Mein Kreuzritterschaftstufe... ...Qual 6, ja? Ist ja nicht mal witzig. Ja, würde er ja sogar auch schaffen. Er ist einfach unsterblich. Also nicht der hier, sondern mein... ...mein anderer Kreuzritter. Ah. Das könnte sein, dass ich grad ein Level abgerufen bin. Hey, hier? Ich kann spotten. Nice. Oh, so viele gelbe Gegenstände, Alter. Das ist echt komisch. Mit, äh... Fick dich. Hier ist kein einziges gedroppt. Will ich doch hoffen für dich. Es war komisch, wenn man mit Shift, ähm... ...stehenbleiben muss. Und dann noch, dann, äh, die, die... ... äh, Zahntasten drücken muss. Was ist das? Hier ist der für dich. Oh, cool! Hier. Ah, der zieht auch das Zeug ab. Ja, der sieht flink. Äh, da gibt's ne Rune, die wird nur ich immer... ...da tut das nur die Hälfte abziehen. Beim zweiten Sprung. Okay, ja, das ist praktisch. Irgendwie schaut jetzt die Rune von der, von der Attacke. Sieht voll witzig aus, guck mal. Süße, wie so ein Oktopus. Woh, 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 woh. Äh... Ja, mein Kreuz runter schießt mit Oktopusen aus dem Schwert. Kann auch nix für. Meinst du mit Tentakel? Ja, oder was? Oktopus hieß. Ouuuh. Hier. Eho? Das bist du der Mehrzahl, oder? Ja, Oktopoden, ich weiß. O... Was? Mehrzahl von Oktopus, Oktopoden. Keine Ahnung, aber das klingt so bescheuert. Ja, es ist aber so. Das klingt irgendwie wie Sauropoden. Das sind ja Dinos. Ja, ach nicht. Was du nicht sagst. Miss Cusi. Das sind aber eine bestimmte Art von Dinos, ne? Also bitte. Ja? Ja. Oh, Langhands. Ja, ganz genau. Bei, bei, äh... Vielleicht heißt es, vielleicht heißt es Boden. Ja, Kindheitserinnerung. Beautiful. Vielleicht heißt es Boden irgendwas mit Lang... Boden? Poden! Das war das. Hoden, die auf den Boden kommen. Poden. Ah. Passt. Okay. Das... Ich, ähm... Das ist ein bisschen... That escalated quickly. Ja. Aber auf jedensten. Ja. Tut mir leid. Jetzt hab ich ja auch so sehen, die... Ähm... Die Gräber... Ges... Äh, äh... Verspottet. Ach, die armen Gräber. Ah. Scheißohnen hier. Ich, äh... Ihh, geist. Hold die Ghostbusters. De-de-de-de-de-de-de. De-de-de-de-de-de. Das... Das müsstest du jetzt einblenden. Ja, jetzt ist es ja schon wieder vorbei. Ja. Jedes Mal, wenn ein Ghost kommt, musst du die Musik von Diablo ausmachen und... De-de-de-de. Jetzt. Könnte ich ja machen, ich kann es ja immer nur rausschneiden Alter Hier, greift mich an Na, na Greift mich an Oh, so viele gelbe Gegenstände Was war das? Oh, die sind überall besser, Alter Die sind echt geil Warte, jetzt mal kurz hier, den Bogen, uh, der Bogen nehm ich Ups Die Schüsse von dir sehen echt geil aus Äh, was ist denn hier los? Ja, die greifen mich schon an Außer da eine dahinten Unter anderem, und die da, die du noch mehr holst Hey War nicht der Plan Ja, ich hab's schon gemerkt Au Die wird ja ein Schaufeln immer Ja, ich payday hier Au, der zieht mich ja, ah ja, mit dem Sparten Voll geil, oder? Ja Ja, 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 oh ja, oh ja, ey, wir haben jetzt eine passive Ah, echt? Ja Mit der was? Ähm Ah, ja, mit Level 10 Tja Tja, Zocker Ja, ist gut Tut mir leid Nein, jetzt hab ich halt ein Schild und eine große Zweihandwaffe in der Hand Also, fuck den Schild Kannst du jetzt Ja, abfucken Ist es eine Passive oder wie? Jaja Ja, das ist ziemlich overpower, da darf ich mir die Scheiße langsam Macht doch nix Ein geiler Vor- und töte alle Gegner Oh Ist der da jetzt wirklich rausgekommen? Ja, ist Mobbing gewesen Ich glaube auch Oh, nice Warte, ich muss auch eine Passive ausfällen Da hab ich jetzt Oh, da gibt's ja nur zwei Jagdfieber Alle 6 Sekunden macht eure nächste Fähigkeit Die Hassverbrauchte Alle getroffenen Gegner 2 Sekunden lang bewegungsunfähig Hey Immer wenn ihr Salto oder Rauchwolke einsetzt Oder durch Ausweichschuss Ein Salto rückwärts macht Wird eure Bewegungsgeschwindigkeit 2 Sekunden lang um 60% erhöht Ja, nein, nicht nur zuerst Das war's nicht immer die Achso, sinnlos Die beiden Die beiden ersten Fähigkeiten von mir sind so schwachsinnig in meinen Augen Für mich zumindest jetzt Weil ich hab ne Zweihandwaffe Und die erste sagt, dass sie die Zweihandwaffe jetzt als Einhandwaffe tragen kann Und die zweite sagt, dass wenn ich ne Einhandwaffe verwende Dass ich einfach schneller bin Sinnlos Dann kann ich beide für'n Arsch lernen Super Ja Reduziert von euren verursachten Schaden um 20% Ja, pfff, was denkst du denn du? Fleckenstoff Von was verursachten Schaden? Tut's, ähm, ja Halt, mir entziehen halt 20% verursachten Schaden Aha Ja Ja, komm, wir gehen weiter Oh, je Oh, je Oh, je Oh, je Oh 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 Oh, nicht Oh Das haben wir noch Jetzt geht's wieder los Glend das ein Glaub ich nicht Weißt du, ob ich schön zu sagen Aha Wie macht man dann das eigentlich? Wenn jetzt was geschützt ist Ähm Muss man die Leute anfragen und auch, äh Als wirklich Ja, ja Da ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass man da bekommt Ja, fein Die Frage ist, die Frage ist, wen fragst du an? Fragt man da die GEMA an? Ich glaube, du hast es nicht Ich glaub schon Aha Ja, wie ist es dann bei mir? Wie bei dir? Die haben keine GEMA Ja, 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 das ist, ja, genau Das ist wieder eine gute Frage Wie macht ihr das in der Schweiz? Das ist, ähm Ich würde, ich würde eher sagen, du fragst den, den recht, urheberrechtlichen Besitzer Ja, wer ist es? Erzähl mir das Ja, keine Ahnung Wahrscheinlich die Ghostbusters, oder? Ja, weißt du wie? Oh, ich hab was Gelbes bekommen aus dem Stein Oh, geil Oh, geil Wenn du jetzt gerade mein Gesicht sehen könntest Wer in meinem Gesicht drinstehen Leckt mich doch am Zückerli Aber am Zückern Ja Am Zückerli Bam Da hat es auch so große Unterschiede bei den einzelnen Sachen Also das ist eine Waffe gerade um Oh, Alter Wer hast denn du jetzt eingeladen? Ich glaube, das sieht aus wie deine Mutter Ja, gewisse Ähnlichkeiten Das weiß ich, meine Mutter nicht so fett hässlich und groß ist Fick dich Ich schau mir das Video an Ich wette mit dir halb Ja, wirklich Doch, wirklich Ich kann nicht, guck dir das Video an Dann siehst du es schon Das mache ich Ich wette mit dir halb so viele Halb so viele, wie du jetzt gesagt hast Nein, wirklich Wirklich Ich hab jetzt wie viel Gelbe an, warte? Ich hab jetzt vier Gelbe Fünf Gelbe an Und zwei liegen noch im Inventar Geh mir nicht noch ein Zückerli Geh mir nicht Kommen die Pfeile soweit? Ja Cool Du hast halt nur begrenzte Sichtweite, ne? Naja, klar So, willst du mal labern über einen Clan oder Eben, wir haben einen TS Das hast du ja mal erwähnt Ja, du hast ja erwähnt, dass man einen TS genommen Äh Voraussichtlich Oder voraussichtlich Haben wir in Planung noch andere Spiele Ganz klar Dead Space und Mass Effect Wollten wir als nächstes angehen Wir warten nur noch auf Bestätigungen Und Ähm Ja, keine Ahnung Ihr könnt Es ist echt, äh Ich hab jetzt schon ein paar, ähm, bekommen Oh, jetzt hab ich schon gedrückt Ähm Ein paar Kommentare und so weiter Ähm Immer wieder gerne, immer wieder schön Kommentare schreiben Weil, äh, beziehungsweise Kritik und Feedback Weil da wissen wir, was wir richtig machen Was wir richtig machen sollten Und was wir richtig, oder was wir überhaupt nicht richtig machen Und dadurch verbessern wir uns Und somit habt ihr dann noch mehr Spaß zu gucken Und ich hab'n gelben Ring bekommen Ja, also das ist, äh, das ist echt cool Wenn man Feedback, Feedback bekommt Sofern es natürlich konstruktiv ist Ja, also wenn jetzt kommt natürlich Oh, ihr seid scheiße Dann sag ich, jo, alles klar Soll so Leck mich doch am Zückerli Leck mich doch am Zückerli Ganz einfach Ähm Ja, ne Ich glaub, die wissen schon Was wir reden Oder was wir meinen, Zocker Gut, dann nehmen wir mal die Krone Ja, sein Wir haben jetzt das Stadtportal Damit können wir jetzt ganz einfach In die Stadtteleportieren Nochmal zum Vergleich Zocker, wie viel machst du Schaden? Ich mach Schaden 34,12 Sehr süß Wie machst du? Willst du das wirklich wissen Oder willst du das gar nicht wissen? Sag jetzt an! Ja, ich weiß nicht Soll ich das sagen? Also ich mach 51,63 Wie war's? Zähigkeit? 912 955 Ja gut, da ist nicht viel bei rum Erholung? 45 Ah, fuck, 18 Los! Ja, du? Ja Alter, komm ich, ne? Ich jetzt bin bar Ich hör jetzt erst mal hier mit dem Schmied reden Ja, wir hätten jetzt gerade mal knapp die 20 Minuten erreicht Ja, wir können ja noch ein bisschen rumhallen, so ein bisschen ab und dann machen wir Schluss Jo, eben Ähm, äh, im Clan, muss ich Ihnen nichts sagen Nö, derzeit ist ziemlich ruhig Ja, eben, wie kontaktiert man uns? Ja, ganz einfach, ähm, indem man einfach jetzt, sag mal mal, in unsere Steam-Gruppe, äh, in unsere, ja, in unsere Steam-Gruppe reinguckt, äh, da stehen wir ja drin Ich glaub, das ist sogar einsichtig, ähm, wir haben übrigens, also ich hab übrigens auch, äh, Foren gemacht in der Steam-Gruppe, wo ihr reinschreiben könnt, ohne dass ihr im Clan sein müsst Und, ähm, die labern mir natürlich jetzt gerade voll ins Wurz, scheiß doch auf die Ähm, genau, äh, und, ähm, schreibt doch einfach mal mir, schreibt Zocker, schreibt jemand anders, schreibt ins Forum Schreibt auf Facebook, auf Twitter, oder schreibt einfach Kommentare, oder schreibt uns per YouTube Schreibt uns E-Mails Ist gar kein Problem, ich war, also, wir antworten eigentlich auf alles Und, ähm, auch so, wenn ihr jetzt nicht wisst, wen ihr direkt anschreiben soll, schreibt einfach irgendjemand anders an, der gibt es zu 1000% weiter Oder Zocker, das machst du doch Ja, natürlich Auch so, wie du mir immer sagst, wenn du eine Starbound-Kiste gefunden hast Sag ich immer Ja Ja, ist klar Hä? Dann wird er dann noch sehen Genau, Starbound wird auf jeden Fall aus so ein Projekt Ja, das wäre cool Vielleicht werden wir uns auch einen, äh, eigenen Server mieten Werden wir sehen Aber, das, äh, weißt du was, ich frag mal die Zuschauer, wenn ihr jetzt überhaupt, wenn ihr mal zuguckt, bei dem Scheiß hier Ähm, Zuschauer, wie schaut's aus? Wir haben uns überlegt, dass das Starbound, wenn wir die, äh, Erlaubnis, beziehungsweise die bestätigen Bestätigung bekommen, wollten wir, äh, Starbound nicht als normales Let's Play durchführen, vielleicht sogar als Let's Roleplay Was heißt, dass wir wirklich Rollenspiel, äh, so quasi wie Rollenspiel spielen Ähm, jemand, der das nicht weiß, wir werden quasi, äh, die Geschichte spielen Wir werden die Charakter sein, im Endeffekt Ähm, manche wissen das vielleicht, wie das gemeint ist Und, ähm, könnt ihr mal schreiben, ob das, ob ihr das cool findet, oder Ob ihr sagt, heilige Scheiße, was zum Teufel, was seid ihr für Nerds Es ist einfach nur, keine Ahnung, wir werden sehen Schreibt da einfach mal, oder zocker Jo Ich würde auch übrigens, äh, würde ich dir, äh, empfehlen, ein paar Sachen aufzuheben Und die dann zu verkrappen, wegen Items zu basteln Weil ich bastel mir jetzt Items Ah, stimmt Ja, dass ich noch ein bisschen labere Die ist nicht richtig gute Idee Ich weiß, wir haben immer richtig gut Oh, halt, das sind die Items Ja, okay, wir wollen uns das nicht übertreiben, ne Ja, mi, 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 mi Na, es Ähm, genau Zocker, hast du sonst so irgendwelche Fragen, die vielleicht von den Zuschauern kommen könnten, die ich dann beantworten könnte Mir fällt mir gerade nichts ein, was es noch so Neues zu sagen gibt Puh, äh Ja, wir haben einen neuen Mitglied Mhm Ja, äh, ja Ich habe zwar keine Sau von euch, aber Ja Wir haben einen neuen Mitglied Ja, super Ähm, kennen wir schon ewig, wir beide Und, ähm Wir haben einfach mal angefragt Es gab dann auch Leute Wir haben gesagt, jo Wir haben den und den jetzt im Klaren Dann gab's ja wirklich Leute, die gesagt haben Was? Wie kam denn das zustande? Und, äh Er ist doch krank und so Da habe ich gedacht, jo Ich habe ihn gefragt, er hat bestätigt Da ist einfach irgendwie gar nichts dran gewesen Ich habe wirklich, nein, wirklich Wir waren im Test und ich habe gesagt, jo Oder ich, im Facebook, ich weiß nicht so Ich habe ihm im Facebook geschrieben Ich habe gesagt, jo Ich halte aus mit Klaren Ja, können wir schon machen So, das war's schon Mir ist eigentlich gar nicht passiert Tipp, top So muss das laufen Ja, so muss das echt laufen Ja, wie gesagt, den kennen wir ja schon ewig Oder circa Ja Soll ich ihn vielleicht anteasern So, seinen Namen jetzt ins Bildschirm In den Bildschirm blenden So Ja, so richtig fett So, ja, das ist er Aber, aber ich, ich nenne ihn da nicht Du weißt, ich ihn nenne, oder? Ja Nein, nein Kannst du, nein, machen wir nicht, nein Ach komm Ja Muss ich ihn zuerst fragen Ja, stimmt Ja, ich kratz schon den Den alten Mann hier an Damit könnt ihr die versiegelte Tür Im Ruhm Der Walking Dead quasi Was denn jetzt? Was lachst denn du? Wenn ich den Skelettkönig gefunden habe Setz ihm die Krone auf das Haufen Und zerstör ihn Wenn es mir dazu dient Den gefallenen Stern zu finden Werde ich mit ihm stehen Tja Ich habe irgendwie gar keinen Bock Aufhören zu aufzunehmen Ich könnte jetzt noch viel weiter labern Aber ich glaube, das ist Die meisten haben jetzt Echen abgeschaltet Denken sich Ach du Scheiße Ja Ach Gott sind die schlecht Ich mit meinen 51,88 Schaden Und ich mit meinem Rotkäppchen aufhören Aber eben, wir sind jetzt über die 20 Minuten Und ich würde sagen Der Anfang dieser neuen Quest Ist ein gutes Ende für die Folge Ja, würde ich auch sagen Ich zeige nochmal kurz, währenddessen wir uns verabschieden Zeige nochmal kurz, dass man ja die Banner bearbeiten kann Wie man das möchte Ich habe einen Scorpion Ich habe, äh Was viel cooler ist Ja, geh zu Schreibt doch Schreibt doch mal in die Kommentare Welche Flagge cooler ist Oh, jetzt geht das los Oh Ähm Meine ist cooler Nö Und, äh, nein Und, ähm Genau, deswegen würde ich jetzt sagen Machen wir mal Schluss Und, äh, ja Wir sehen uns in der nächsten Folge Haut rein, Leute Peace, Leute Und doch Was? Nein In